B5 Aktuell präsentiert Das Magazin für Wirtschaft und Soziales, jeden Sonntag um 10.35 Uhr. Hören, wie es wirklich ist. B5 Aktuell Wenn Sie diese Sendung über das Internet hören oder herunterladen, dann stehen die Chancen gut, dass die Firma Lantik dabei eine Rolle spielt. Das Unternehmen aus Neubiberg hat sich auf Chips für die Breitbandkommunikation spezialisiert. Stefan Liener berichtet. Auch wenn der Firmenname Lantik in erster Linie Technikexperten geläufig ist, die Halbleiter der Firma finden sich in fast jedem Haushalt. Sie sind zum Beispiel das Herzstück in Routern, also den Kästchen, über die man per Kabel oder WLAN, Computer, Handys oder Tablets im Heimnetz an die Hausleitung und damit an das Internet anschließt. In diesem Markt ist Lantik ein dominierender Anbieter. Die Chips der Bayern steuern sowohl in den Fritzboxen des Herstellers AVM als auch in den Speedport-Anlagen der Deutschen Telekom den Datenfluss. Doch das ist nur die eine Seite des Geschäfts. Die größere Herausforderung für Lantik ist es, Chips und Lösungen für Telekom-Dienstleister und Netzwerkausrüster zu entwickeln, mit denen sich mehr und mehr Daten durch ein bestehendes Leitungsnetz jagen lassen, so Geschäftsführer Dan Artuzzi. Die Nachfrage nach immer höheren Geschwindigkeiten wird nie aufhören. Deswegen suchen wir gemeinsam mit den verschiedenen Telekom-Firmen nach Möglichkeiten, die Netzgeschwindigkeit zu erhöhen. Meistens geht es darum, bestehende Kupferleitungen zu nutzen, denn da haben die Firmen sehr viel Geld und Aufwand investiert. Eine der größeren Herausforderungen ist es, Chips so zu entwickeln, dass sie mit sehr vielen Technologien zurechtkommen, egal ob die Daten später über Kupfer- oder Glasfaserleitungen fließen. Stolz führt Dan Artuzzi-Besucher deshalb durch die Labors in der Firmenzentrale in Neubiberg. Dort sind ganze Batterien von Routern aufgebaut. Sie simulieren zum Beispiel die Anschlüsse in einem Hochhaus mit Dutzenden von Einzelhaushalten, deren Bewohner gleichzeitig ins Netz wollen. Nach Einschätzung des Geschäftsführers testet kaum ein Wettbewerber so intensiv und mit so aufwendigen Versuchsanordnungen. Das sei nämlich teuer. Auf der anderen Seite könne man so auch die exotischsten Fehlerquellen entdecken und ausschalten, die sonst später beim Endkunden auftauchen würden. Mit dieser Strategie habe man sich in den fünf Jahren nach der Abspaltung von der früheren Mutter Infineon am Markt etabliert. Natürlich hat es auch Vorteile, Teil eines Großkonzerns zu sein. Aber als unabhängige Firma sind wir beweglicher und fokussierter. Unser Geschäft ist das Breitband. Nichts anderes, ohne jegliche Ablenkung. Wenn ich morgens in die Arbeit komme, dann denke ich nur an das Thema Breitband und wie wir hier noch besser werden können. Die heutige Selbstständigkeit ist aus der Not geboren. In der Finanzkrise 2009 brauchte Infineon dringend Geld. Der Halbleiterkonzern verkaufte deshalb seine Sparte für drahtgebundene Kommunikation an Golden Gate Capital. Später stieg noch die Telekom-Tochter T-Venture als Risikokapitalgeber ein. Ursprünglich wollten die Investoren die Firma an die Börse bringen, doch diese Pläne scheiterten an der volatilen Marktentwicklung. Heute hat Lantik weltweit rund 800 Mitarbeiter und ist nach eigenen Angaben profitabel, auch wenn die Firma keine genauen Zahlen veröffentlicht. B5 Aktuell präsentiert Das Magazin für Wirtschaft und Soziales jeden Sonntag um 10.35 Uhr. Hören, wie es wirklich ist. B5 Aktuell Fünf Jahre nach der Unabhängigkeit ist Lantik nach eigenen Angaben profitabel und hat ein solides Finanzpolster. Das dürfte nicht zuletzt die Investoren freuen, eine US-Finanzgesellschaft und die Risikokapitaltochter der Deutschen Telekom. Deren Mutter ist wichtiger Kunde. Die DSL-Chips aus Neubiberg stecken unter anderem in den Speedport-Routern der Telekom, aber auch in der Fritzbox des Konkurrenten AVM. Inzwischen sei die Kundschaft über die ganze Welt verteilt, sagt Geschäftsführer Dan Artuzzi, und man sei flexibler als früher. Natürlich hat es auch Vorteile, Teil eines Großkonzerns zu sein. Aber als unabhängige Firma sind wir beweglicher und fokussierter. Unser Geschäft ist das Breitband. Nichts anderes, ohne jegliche Ablenkung. Wenn ich morgens in die Arbeit komme, dann denke ich nur an das Thema Breitband und wie wir hier noch besser werden können. Ein Großteil der 800 Mitarbeiter ist in der Entwicklung tätig. Mit die größte Herausforderung sei es, Chips zu bauen, die große Datenmengen ermöglichen und sowohl mit Kupfer- als auch Glasfaserleitungen zurechtkommen. Stefan Lina, B5 Wirtschaft. Hören, wie es wirklich ist. B5 Aktuell 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 B5 Aktuell